so eine weitere runde kakas sonnetzwerkspiel mein spiel herzlich willkommen ich nehme auf mit 20 frames 31 ok ja ich hab auch 30 zwischen 60 und 30 meine eier zwischen 10 und 30 rum so wollte ich noch ein ki ja ki habe ich letztens spielen gewonnen die alle irgendwie gleichstärkend sei ruhig bereit ich glaube ich höre das level von denen ist umso mehr punkte bekommt man zwei ruhig und starte mit ja macht drei macht zehn dies einfach auf tech level 2 ist einfach auf tech level 2 glauben mir einfach mal die silva als ki nein starte kann ich starten warum kann ich nicht starten weil die beiden geschlossen und nicht bereit sind das ist quatsch nein keine ahnung setzt die beiden ich bin noch bereit weil es geht dann können die aufbereitet sind und man schießt es mal glückesend jetzt geht's und eben ging es machst du und ich bin immer zurück die zurück zu haben zurück aber bin dann selber verloren so vielleicht geht's jetzt so ich bin noch nicht zu sehen warum bin ich nicht zu sehen ne ich muss mir erst selbst auswählen ergibt sinn das film blockiert meine farbe ach nein doch nicht vergiss es ich hatte beide dieselbe farbe ne ja klar es lässt sich leicht aus ach nein ich will nicht grün sein ich will nicht so ein homosexuelles grün blau mit dem säugling der wechselt so schnell die farbe hin vielleicht soll ich doch die aufnahme hallo ich will rot jetzt hör auf meine farbe zu wechseln jetzt hör auf meine farbe zu wechseln du Spastli ich will auch kein homosexuelles gelb was machst du ja ist gut jetzt hallo stopp nein alles rot geht nicht gut starte na also ich darf anfangen finde ich sehr gut ach ich bin zweiter investiert niemanden nur der erste ist wichtig oder kennst du den zweiten mann auf dem mond ich hab das mal ein bisschen geändert ich hab mal ein bisschen animierte Figuren reingemacht was da was da irgendwie ist mein meins ist auch grad abgekackt mein land ist jetzt blau irgendwie ja ok Netzwerkspiel hm ok starten wir noch mal ich hab noch keins aufgemacht ach ach schon ach doch mal endlich äh ach ich spiel ja eben da online mit ich geh jetzt online spielen mit echten pros nicht so noobs wie euch online ja darf man irgendein online spiel rein join registrierter spieler der 63898 oh hier ist die version unbekannt da spiel ich nicht mit so ich mach eins auf ja mach mal ein bier auf so das passt es auf ich will kein schwules grün ich will kein schwules gelb auch kein schwules blau auch kein schwules grau ich will ein schwules rot ich will ein nicht schwules rot so zwei rote hey auf das bereit weg zu machen der Finder nimmt ne andere Farbe genau mach die erste erweiterung dazu da haben wir noch große soldaten oder so einen großen haben wir große gefolgt Männer halt die fresse nein warte ich doch ne nein ich sehe sie nicht also bei mir ist sie nicht angezeigt die war kurz angezeigt und dann war sie wieder weg kann es nicht mehr endeln warum auch immer wo startst du bestimmt weil wir zu viert spielen ne keine ahnung ob das was damit zu tun hat 4 Punkte pro klein das kann ich wieder ändern wo geht das wieder das geht immer wieder zurück scheiß das leckt so doll ne egal wir spielen nicht so na gut ansonsten spielen wir auch ne Kain ja wie geil meinst du ist schon wieder abgestürzt also nochmal ich starten möchte inkorrekt number auf was halt wunderbar also ohne erweiterung oder mit oder wie oder was oder wann oder weh ich werde mal los das rgb capture ausmachen glaube ich warum ich glaube sonst kann ich sogar auch aufnehmen weil bei mir hängt es immer machen singt bei mir auch ohne loses rgb spark einfach bei der auflösung nicht so machen lieber in dem mal spiel auf ja geht los jetzt ist immer noch ganz offen immer noch nicht doch jetzt wurde auch langsamer zeit hier ich will kein homosexuelles grün auch kein gelb oder blau oder dunkel und hellgrau rekorderfenster hast du so rekorderfenster was lauerst du da ja mein programm ist etwas simpler gemacht was für ein scheißprogramm benutzen oder simple ja wie heißt denn das so ich glaube ich kann ja ich kann den Namen will ich wissen kennen kennt er wieder nicht idiot kennt nicht mal den Namen von dem Programm das er benutzt so kann ich dann endlich mal wahrscheinlich hyperkammer oder so ein müll oder camtase der schrott oder gameiscam das sagt mir gar nichts das klingt aber auch schon so scheiße das klingt auch scheiße das klingt auch scheiße da anfangen cool jetzt gehts endlich was war cool anfangen da nicht anfangen passt nicht so viel Ausweismöglichkeiten hm scheiße hm 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 Ich habe schon für irgendwas drei Punkte bekommen. Oh jawohl. Garte Karten, okay. So. Sogar für Gucci mehrmals, das ist unfair. Ich bin gleich mal in Führung. Das finde ich gut. Schönes, simples Spiel. Nein. Bindel. Ich meine, wir ist ohne KI spielen, ja. Wollte ja mit KI, aber irgendwie ging es nicht so ganz. Kann man nichts machen. Oder es lag an, loslässt RGB. Nein, das habe ich nämlich noch an. Ja, aber ich habe sie aus. Stimmt. Kannst eh nicht flüssig damit aufnehmen. Und beim Host ist es vielleicht ein bisschen wichtig, wenn es da auf die Sicht läuft. Ich habe einen Penis da. Warum habe ich gerade keine Musik? Machst du an, wenn du keine hast. Stimmt, ich habe die ausgeschaltet, damit ich ein Fenster modus in Ruhe spielen kann. Optionen. Das ist wahrscheinlich zu leise, aber was soll's. Machst du doch nicht lauter, damit man euch nicht mehr hört. Vielleicht hörst du ja deinen Doodle-Sack wieder. Oh ja, ich mag Doodle-Säcke, die geblasen werden. Zack-Musik ist doch geil. Ich muss die Musik noch nicht lauter machen, man hört euch noch. Also ich hoffe, ob man euch hört, man hört noch gut. Deine Videos haben eben in der Regel die Qualität, das sind... Oh, mein Doodle-Sack ist da. Will ich denn? Du bist gerot. Oh, mein Doodle-Sack ist da. Irgendwohin, die kein Anfang und kein Ende haben wird. Im Kreis. Baustraßen immer im Kreis. Nein. 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 Gut. Definitiv nicht. Warum hast du dich dazwischen gesetzt? Wo dazwischen? Du hättest da unten zwischen meine und deine Stadt sitzen können. Ja, aber dann hättest du einen Punkt dafür bekommen. Weil dann hättest du nämlich noch wenigstens Punkte bekommen. Ja, du auch. Ja, aber so bekommst du gar keine Punkte, wenn ich's verbinde. Wieso bekomm ich da keine Punkte, wenn du's verbindest? Weil ich da einen großen hab stehen. Na und? Nein. Da bekomm ich nur Punkte. Da hättest du ja die größte oder die Einheiten stehen, da bekomm Punkte. Nein. Vertraue ihm, er kennt sich aus. Na gut, sie kennt sich nicht aus. Ich kann das doch als Brettspiel. Ja. Ist aber kein Brettspiel. Na ja, bis alle 850 Karten, die wir eingestellt haben, wechseln. Du mal Alter, ich lieg mit 10 Punkten vorne. Nein. Doch. Ich hab 14 Punkte. Das untere ist die Punktzahl. Das untere ist die Punktzahl. Das untere ist die Punktzahl. Nein. Ich verstehe. Wie viele Karten schon gelesen. Nein. Das untere sind die Gesamtpunkte. Nein. Der Finio führt also. Richtig. Gesamtpunkte. Ich bin der Boss. Nein. Du hast einfach nur Glück gehabt. Ich hab's voll drauf. Du bist letzter Akutschi. So wie immer. Mhm. Egal. Er kriegt natürlich wieder das Kloster. Verlieren. Achja. Na Kutschi ist der Meinung, er verliert. Dem stimme ich zu. Ich hab ordentlich Kloster vor der Hütten. Du hast ein Klo, oder? Das ist alles. Ich bin voll doll bescheitert. Ich bin voll doll bescheitert. Meins nicht. Ne. Ganz schlecht. Dann lieber hier weiter machen. Ja. Wär besser, ja. Hm? Find ich schon, ja. Passt sogar. Ich hab's nicht grad bei dir im roten Rang gehalten. Sag ich doch, das ist ganz schlecht. Ich mach hier unten weiter. Hier ist auch gut, ne? Wie lange Kutschi da nichts hat, ist alles in Ordnung. Hier sind Kurven. Welche Kurven? Das nennt sich Straße. So, ich bau da mal gleich zwei Straßen. Auf einer. Das ist ne Autobahn. Die ist zweispurig. Oh, ein Gliklar Kloster. Ich mag die Musik. Und der Kutschi ist da, wo er hingehört. Ganz am Schluss. Hey, guck mal, noch ein Kloster. Ist das nicht wunderbar? Ich verbinde das mal. Ja. Es ist noch nicht fertig. Oh. Jetzt ist es fertig. Oh. Schön. Nee, so war nicht so schön. Egal. Ich glaub, dass du jetzt die Punkte bekommst. Ja, dann hast du immer noch weniger. Du weißt schon, dass die Punkte, die oben stehen, die Punkte, die du zur Zeit hast und die Punkte, die da drunter stehen, die du noch bekommen kannst, ne? Nein, das sind die Gesamtpunkte, wo du am dritten hast. Steh doch dabei. Kannst du nicht lesen? Ja, Gesamtpunkte mit dem Punkt, den du noch nicht bekommen hast. Ja, ja. Alles klar. Dann helfe ich dir wieder, ne? Mir zu helfen ist in Ordnung. Solange du da Kutschi nicht hilfst, das wäre nicht so gut. Was habe ich denn da? Haus am See. Kannst du dir ruhig auch mal helfen. Dir will aber niemand helfen. Ich helfe ihm ja nicht absichtlich. Ich will ja mein Kloster da rumkriegen. Ja, und so aus. Ich will mein Kloster rumkriegen, Mann. Hoffentlich wird's da Raumschiss finden. Na, ist dein Kloster auch da? Da ist dein Klo. Oben links. Ganz oben links. Na, Kutschi ist er dran. Hey, hey. Hallo. He, he. Nein, da helfe ich dir, da helfe ich dir auch Nein, ich bin aber egoistisch, äh ich mein bescheiden Ich bin nicht so arrogant wie ihr Die immer alles haben wollen, sowieso und überhaupt Was sind überhaupt noch für Karten im Spielen? Ich hab eh schon alles Sagt dir der Kartenstafler, Harten, hm? So, oh ich bin schon wieder dran Ja, das passt hier nicht, das passt hier auch nicht Das ist auch nicht so gut, hier ist es gut Oder? Ich helfe dir, Delfinio, Herr Wanwitz Ja, setz da rein, da Der Kugel ist, ach man Boah, Delfinio, damit kannst du mir echt helfen Ich muss mir erstmal helfen Du hast das Konzept eines Battles noch nicht erkannt, glaube ich Er hat ein Kloster Perfekt, mach ich auch mal eine Stadt fertig Der Kugel ist halt das Kloster direkt neben mich Nö, das sollte nicht Oh, was haben wir denn da schönes? Kann man das irgendwo gebrauchen? Kann man das irgendwo reinstecken? Das gefällt dir, oder? Auf jeden Fall Hm, ist alles noch irgendwie wegen Scheiße Wir müssen Forsaken auch noch battlen Nein Wieso nicht? Darum Ach, battlen kann man das ja mal, das ist nicht so schlimm Nein Da muss man auch nicht laden Ich spiel' nur mit aktiviertem Debug-Modus Ich spiel's auch nicht ab Du spielst ohne aktiviertem Debug-Modus War das ein Forsaken? Ja Geht das überhaupt? Mit Debug-Modus spielen? Oh ja, das geht Keine Ahnung, Singleplayer geht's auf jeden Fall Hast du's gemacht, oder was? Oh ja Das war schön Das war so schön Jetzt seht's endlich Du hast ein orangenes Feld, Delfinio Hm, das stört mich nicht Du magst Orangen Hm Warum kommt ihr so oft am Zug? Ich sollte viel öfters dran sein als ihr Ey, ich hab 30 frames stabil, wuhu Nee, da helfe ich jetzt ihr Hm, ich glaub, fast Delfinio gewinnt Achivo Beuscht Solang Alcucci letzter wird das alles in Ordnung Will ich glaub ich nicht mehr zu Und dann mach ich da noch wieder Hohoho Oh, hoch, 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 hoch Oh, coho, hoch, 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 hoch Verdammt mein Kloster Oh nee, der hat ja das Beard gemacht Meins auch Meins ist wichtiger als deins Hör auf, ich will mich nicht doppelt hören, lass auf damit hören. Ist das heute noch was? Na endlich. Da liegen auch gerade Fragen. Wir sind alten Opas. Nein, da wollen wir das nicht hinsetzen. Moment, hast du da nicht vielleicht noch? Nein, da helfe ich dir noch wieder. Na ja, holen wir uns jetzt noch zwei Punkte. Besser als nix. Oh, der hat gewonnen. Zum ersten Mal. Auslandsweise habe ich dich mal gewinnen lassen. Oh, ich kriege minus einen Punkt. Habe ich noch 1040. Ich bekomme 15. Nein, 1039, verdammt. Noch eins. Nein, habe ich minus 13 bekommen. Ich habe mal gegen den KI-Hammer gewonnen, der kriegt nur Bonuspunkte. Doch eine Runde? Ja, sowieso. Du kannst in einer einer Runde aufhören, das geht nicht. Wir müssen mindestens zwei spielen. Wenn nicht sogar drei, ne? Alle guten Dinge sind drei, ne? Oh, du hast vier Räten. Und die fünfte Räte hast du das Räten. Was ist? Kannst du mir eigentlich schon, dass da tausend Karten sind? Nein, kann man nicht einstellen.